Wohl eine im Suff abgeschlossene Wette oder so? Unser Kämpfe nähert sich, so lacht und tanzt und singt, wenn's... So verehrt mich bitte, Lieber. Wir haben leider alle Frauen und Landschaftsbilder aufpassen... Ich sorge mich um den, der wird sich den Hals brechen. Was für ein Schwachkopf. Er wird sich noch rumbringen. Der Befehl ist einfach. Bewacht diese Felder und passt auf, dass diesen Heubündeln nichts passiert. Hört sich vielleicht einfach an. Es ist aber eine sehr wichtige Aufgabe. Ohne diesen einfachen Rohstoff fehlen dem Widerstand die Mittel. Und dann müssen sie aufgeben. Es haben sich schon viele angeschlossen. Sie brauchen Kleidung, Nahrung, Obdach, Wärme. Ohne diesen einfachen Rohstoff fehlen dem Widerstand die Mittel. Und dann müssen sie aufgeben. Es haben sich schon viele angeschlossen. Sie brauchen Kleidung, Nahrung, Obdach, Wärme. Und alle das bietet ihnen das Heu noch. Bist du hier, Freund? Ihr würdet euer eigenes Volk verhungern lassen. Und wofür? Zu lange ertrug ich die Beleidigungen. Sie schimpften mich einfach. Von niederem Stand. Ich wollte ihren Respekt. Meinen habt ihr sicher nicht. Auch wenn der Tod schmerzhaft sein mag. Der Schlaf ist sanft. Requiescat in Pace. WDR 2 WDR 2 WDR 2 WDR 2 WDR 2 Was ist das? 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 Ich bin sicher, ich habe... Was ist das? 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 Hey, runter hier. Jetzt, runter, sofort. Verdammt. Sofort runter hier. Da ist er. Wir fallen fach. Dieses Mal entkommt er nicht. Würde ich nicht machen, wenn ich's will. Wir kriegen ihn. Tutto fresco, è tutto buono! Oggi il perruzzo costa la metà. Amirate questi prosciutti! Bei euch sieht das vielleicht aus. Oh! 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 Das war's für heute. Den kenne ich doch. Wo kommt er hin? Egalo, was ist er? Savonarola ist unser Erlöser. Warum widersetzt ihr euch? Ich bin sicher, ich habe, was wir mauen. Heilert, Isl. Ich bin nicht da. Runter, Isl. Tepo, ich verliere ihn! Hofhüter! Oh mein Gott! Ich bin nicht nur Gefühl, ich schieß, ich schütze, ich bin nicht von hier. Ich bin nicht von hierher. Ich bin nicht von hierher. Ach so, ich bin nicht von hierher. Oh, mein Gott. Hüa-hübfen. Ich bin nicht von hierher. Was willst du hier? Ich habe nichts getan! Nur den Willen des Propheten! Vitello! Manso! Angello! Sempre Freschi! Bekämpf doch Saunarola! Ich tue nur meine Pflicht! Offensichtlich sucht er kein Ehreistenlieb. Was für ein komischer Mann. Das könnte unser Mann sein. Was für ein Athlet! Wie macht man das? Wie macht er das? Runter hier! Sofort! Hey! Ihr solltet nicht hier sein! Mein Hinweis an alle fremden Händler in den Mauern unserer umreichen Republik! Die Stadt hat in ihrer Weisheit beschlossen, eine neue Steuer auf alle Kontakte zu erheben, die von den großen... Ich war ein Opfer! Ich bin nicht schuld! Doch! Ihr traft eine Entscheidung! Er verzauberte mich... mit diesem... Ding! Nur weil ihr es zuließt! Ich tue dies für das Volk! Requiescat in Pace! Ich tue, ich bin drüben... Das sind die Unterlegungen! Mensch! Der gute Bruder, Donato! Ich möchte alle Schleudigen Christen darauf hinweisen, wie wichtig Barmherzigkeit in Zeiten der Nord ist. Maglava, ich probiere dich jetzt mal. Spenden werden jederzeit außer Sonntags direkt am Piura entgegengenommen. Il miglior Panso stagionato! Stadio Tegi! Anno, Nazanlo, Pesestina! Svobre! Ausbruchs von Pestilenz, muss die öffentliche Messe mit dem Kardinal leider verschoben werden. Oh, eine merkwürdige Art der Fortbewegung, oder? Eine Bekanntmachung im Namen des Medikus Maestro Corzini. Eine Behandlung mit seinen berühmten exotischen Blutegeln aus den Sümpfen Indiens verschafft Linderung bei banal jedem Leid. Und ihr werdet euch erfrischt und verjüngt fühlen. Bringt mir die Kranken und Verbundeten! Verrückte Knoten Wo war ich im Weg? Well, come back there! Schon gut, ich geh' Absurd! Hat er sie noch alle? sichert